Widerstand! Widerstand! Das ist unser Staat! Wer hält uns weg? Wer hält uns weg? Herr Borch, warum sind Sie denn heute in Chemnitz? Nö, keine Los. So ein Hinweis an alle Versammlungsteilnehmer. Wenn Sie nach der Abschlusskundengebung den Platz hier verlassen, das können Sie nur in die Richtung aus der Sie kommen. Also in Richtung Bühlenstraße. Nur in Richtung Bühlenstraße. Hier die andere Seite. Der Redner hat das gerade ganz deutlich festgestellt. Eigentlich wollen die Nazis nicht trauen, sondern eigentlich freuen die sich über den Toten, damit sie ihn ausschlachten können. Damit sie das nehmen können und nutzen können für ihre Hetze. Weil das, was die Nazis, die Rechten seit dem Tod eigentlich machen ist, das Ganze zu instrumentalisieren, auf dem Grab des Toten zu tanzen. Weil das, was man glaube ich immer wieder auch deutlich machen muss, der Tote ist früher selber von Nazis gejagt worden. Der wäre kein Nazi gewesen. Der hätte das nicht gewollt. Den Nazis geht es nicht um den Toten. Denen geht es nur um ihren Hass. Oder Москв diff casos.. drauf. Das ist die Geschichte. Na ber anregäben sind kurz um 37-25hane. Da ist nichtig. Wenn D